Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir legen uns jetzt einmal schlaf und schauen uns an den Tagsüber, wie das aussieht, was wir jetzt gemacht haben. Ich glaube, dann ist das auch schon fast fertig, das Außenkomplett, das ganze Windmühlen-Gebiet. Zumindest, was mir jetzt gerade so einfällt. So. So, wir haben letztes Mal hier alles weiter noch begrünt, theoretisch hier ausgebaut noch. Das ist okay mit dem Feld hier, das könntest du natürlich auch weitermachen, aber ein bisschen da so Besonderheiten drin, das ist ganz cool. Das geht, das sieht ganz okay aus. Hier haben wir nämlich gerade gezogen, hier ist leider ein Missgeschick passiert. Wir müssen eher einmal alles abtragen, demnächst nochmal. Wahrscheinlich, um alle Kisten voll zu sammeln und dann würde ich dann sagen, dass es so gut ist. Das kannst du so lassen. Dann kommen natürlich hinterher jetzt nochmal sowas wie Bewegungen. Ich würde aber erst mal sagen, sogar, das hier, die Rinder, die muss ich noch irgendwie für den ganzen Rest weitermachen. Oh, fuck, falsch, das so. Und zwar, dass wir das halt hinbekommen, dass wir das... ... ... ... ... ... ... Hier werde ich das denn. Das ist auf derselben Höhe, ne? Theoretisch müsste die ja sogar einen weg, alle. Oder jetzt müsste ich hier über runter einen. Fällt mir gerade auf. Das habe ich natürlich nicht mit bedacht. Da habe ich letztes Mal daran gedacht, daran erinnere ich mich, aber jetzt habe ich es nicht nochmal bedacht. Weil ich finde das schon cool mit dem, als Wasserrinne da, als Regenrinne für den Boden. Nur mal. Hau auf mir denn da ins Ohr. Das ist jetzt ganz gut. So, so. 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 Die Erde, da muss dann nochmal weggemacht werden. Das sieht strange aus, aber das kriege ich nicht anders hin, ne? Wohl auf gar keinen Fall anders. Oder würden wir sagen, dass wir das so machen? Ich glaube, so wäre es immer noch klüger, oder? Beziehungsweise... So einfach. Ich brauche dann nur mal Koppelstern, was ich da drunter setze. Als großes Fundament. Einfach, dass es ein bisschen optisch aussieht. Das ist natürlich... Hab ich nicht dran gedacht. Oh, hier war, hab ich so ein übersehen. Ist aber okay. Zack. Weiß ich nicht. So, zack. 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 Was weiß ich denn, wie ich das hier jetzt mache. Das ist super eng hier. Warum willst du nicht so werden? Was soll das denn? Das ist schon besser so. Das sieht zwar nicht aus. So. Schaufel, Koppelstern, Wasser. Fangen wir damit an. Erstmal wieder alles hier rein. Erstmal entleeren. Mein Inventar. So. Dann. Schaufel, check. Cobblestone. So. Dann hab ich ein bisschen was reichen. Niemals ansonsten weiß ich noch was. Sehr gut. Das sollte reichen. Da muss ich halt einfach nur nicht optisch direkt nach Erde aussehen. Weil das fällt halt schon auf, würde ich sagen. Sehr gut. Das sieht schon angenehm aus. so. Sieht halt ungefähr gleich aus von der Farbe. Wenn halt noch was da drin ist, siehst du natürlich nochmal schlechter, aber braun würde halt schon, glaube ich, knallert auffallen. So. Können wir so lassen. Können wir so lassen. Scheiße. Oh, come on. So. Die hier müssen, glaube ich, einversetzt werden, weiß ich so, dann sogar. Die müssen eher da hin. So, und dann da. Gib mir das nochmal. Oh, jawohl. Aufwendig, aber ich glaube, das wird sich am Ende lohnen. Gib mir mal... Ja, das reicht. Oder? Das sollte reichen. Zeig mal jetzt hier. Das. So. Und dann so. Nee. Den kurz weg. So. Yes. Nee. Natürlich ärgerlich, wenn du jetzt überall so hast. Der Plan war ursprünglich erst so. Was ist das so? Ist okay. So, dann holen wir jetzt mal Wasser. Füllen die Lücken da mit Wasser aus. Mach erstmal einfach alles hier raus. Einfach mal ein leeres Inventar. Das ist angenehm zu schauen. Wasser einmal habe ich drüben. So. Dann wird das doch langsam wirklich schön, finde ich. Jetzt kommt da noch der Weg dahin. Jetzt kommt da noch der Weg dahin. Vom Gebäude weg. Dann... Zwei reichen, ne? Erst reichen. Dann drück ich mal nur die vielleicht... Achso, ich drück immer die falsche Taste. Lass mal da hin. Dum dum. Keine Ahnung, ob ich das hier auch noch mache. Eigentlich müsste ich das auch noch machen, ne? Muss doch mal gucken. So. und nicht aber Ah, Pala. zack und ist theoretisch ein niedriger achso lassen einfach so arschlägen das okay ist abgenommen ich mag das perfekt aus da müssen wir jetzt mal überlegen wie das jetzt mit dem weg hier machen ja, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal überall ein bisschen wegräumen guck mal die Erde hier weg machen wir das mal ein bisschen nackig sehr gut habe ich wieder nicht drauf geachtet die Schaufel zu behalten ich muss da echt mal dran denken die ganzen wegzüge zu behalten so mal so so wie machen wir das denn jetzt ich muss sagen, dass ich noch nicht viel Ahnung habe, wie ich das mache ich meine, wir machen mal hier so einen Weg einigermaßen, dass wir so eine Art Treppe haben die fangen wir dann hier so an achso, dass das Loch nicht mal reingefallen bin und ein Skelett gewartet hat so, weg mit dem Loch die Frage ist, benutze ich überall die Steine weil das könnte ja krass viel sein eigentlich warum nicht ich meine, die Steine sehen eigentlich echt geil aus aber selbst für einen Fußweg die Steine zu benutzen dann also für normalen Trampelfahrt könnte krass sein ich glaube, wir probieren es das ist wahrscheinlich eher Slaps, ne, ja Slaps komme ich da, glaube ich, wesentlich besser zurecht ja, schlafen, warten auf Licht da habe ich doch schon wieder so einen scheiß Villager gehört wahrscheinlich wäre einer von dem ich angreifen wollen die Schweine ich habe keine Waffe dabei mal gucken, ob das wirklich sein ist oder ist das vielleicht so ein Händler ja, darum ist er wieder der Spinner dann rösten wir lieber mal ein Schild aus na gut, wollen wir mal gucken also, wir müssen wahrscheinlich die Ebene hier wegnehmen wir müssen ja auch nicht mal das Komplett das reicht ja, wenn wir nur teilweise es reicht ja so ein Weg von drei bis vier Blöcken eigentlich oh fuck die Höhebräuse ich muss sparsam umgehen ich darf nicht mehr verschwinden weil die sind echt teuer, die Steine allein kohletechnisch sind die schon super expensive aber das geht ich glaube, dass das funktioniert so mal hier weg dass du das komplette Gelände auf einen hast das geht nicht das wäre noch cooler, wenn das gehen würde das zählt schon als eine Kategorie damit du auch nur aufeinander bauen kannst so also jetzt so So. Ach so, das geht nicht. Ne, mach mal einen weg. So. Ne, warte mal da und dunkle hin. Ui, schon weg. Das ist natürlich jetzt hier super steril gerade. Guck mal, ob ich da noch was anderes zum Glück komme irgendwie. Hab ich noch mehr? Ah, hab ich noch ganz viele. Ja, meint. So. Wie sieht das denn von weiter weg aus? Ich glaube, das könnte trotzdem ganz okay sein. Dadurch alleine, dass du die mehreren unterschiedlichen Stufen hast. Also die Farben. Nehmt mal so. Das ist ein Streicher. Das ist ein Streicher. Okay. So. Ja. Kommen wir hier hoch. Das ist gut. Dann kann er einen drunter. Oh, ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Das ist anstrengend. Da muss man jetzt gerade genau hinschauen, wie man das macht. Muss ich echt zugeben. Das ist Wii. Ich glaube, das ist okay. Den hier muss man. Der sieht fischend aus. Wie der eigentlich. Aber das so. So. So, ich glaube, das geht so, oder? Das könnte jetzt sein, wenn es auf lange Distanz wie eine große Mauer aussieht. Mal gucken. Bin gerade voll konzentriert. Deswegen rede ich kaum. So. Schau mal von hier oben. Das geht. Das sieht gut aus. Das sieht massiv aus, vor allen Dingen. Ist da die krasse Mühle mit dem Holz drunter. Wodurch, dass alles gestemmt wird. Gigantischen Felder. Da brauchst du jetzt einen leichten Weg her. Ich glaube, das kann geil werden. Da kommt ja noch auf den Wegen alles hinterher noch Deko. Muss mal gucken, was man noch machen kann. Jetzt ist es nur, dass ich hier einen groben Weg habe, damit ich ja nicht immer hüpfen muss. Sondern einfach nur mal laufen kann. Jetzt einfach. Ohne Probleme. Wesentlich besser. Schauen wir mal. Haben wir noch Eisen hier. Als zumindest, dass ich bis zum Tunnel komme. Also, dass ich bis zum Tunnel komme und von hier bis zum Tunnel. Weil das ist jetzt momentan erstmal der Weg, den ich häufig laufe. Darum geht es mir halt erstmal. Also, ich weiß, dass ich meine Slaps habe ich noch ein bisschen. Ähm, ich wollte Eisen. Perfekt. Thank you. Ah, könnte doch knapp werden. Langsam und Steps. Da kriegst du so viele raus. Komm mal, reicht. Da kommen wir noch mindestens bis zum Tunnel, würde ich sagen. Aber ich gehe erstmal schlafen. Und da muss man auch mal beim Haus nach unten den Anzen hier noch alles ausbauen. Also, ich habe noch einiges zu tun. Ich habe richtig Bock. Das ist so viel, was ich einfach machen möchte. Ja, das bräuchte ich mehr Zeit eigentlich. Ich könnte wirklich 20 Minuten am Tag zocken. Und wird wahrscheinlich immer euch mit allem fertig werden. Ja, wunderbar. Ich sage aber erstmal einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao.